Hey Leute, willkommen zurück zu Bioshock 2. Ja, ich bin auch zu müde, um zu schlafen und genau aus diesem Grunde... Nein, ist nicht wahr, aber aus einem dieser Gründe... Ne, keine Ahnung, aus was für einem Grund... Ich hab einfach Bock drauf, deswegen spiel ich jetzt mal weiter bei Bioshock 2. Na, Big Daddy? Ich hör dich doch. Und ich hör dir so irgendein Idiot lachen. Ja, was haben wir vor? Wir müssen zur Lambs Büro. Und haben natürlich noch die Absicht, einen Big Daddy platt zu machen, damit wir seine Little Sister übernehmen können. Denn eine fehlt uns noch. So, Kumpels, wo seid ihr denn? Ich hör euch doch. Das ist ja irgendwie so Wahlgesang irgendwie. Oh, oh, da ist eine Kamera und da seh ich doch einen. Ein Pennergesicht. So, Pennergesicht. Da ist sie ja. Oh, oh. Kumpel, ist nicht gut, was du da machst. Brenn mal ein bisschen, das hilft. Hilft dein Gemüt, ein bisschen abzukühlen. Naja, eher nicht, aber... Nein, nicht jetzt. Mann. Oh yeah, Antipersonen ist immer gut. Nein, viel zu wenig. Es ist viel zu wenig. Schweinebacke. Mann, oh. Schon wieder keine Heckpfeile mehr. Und wir machen's blau. Weil blau ist schöner. So, du Arschbacke. So, mal vorbei hier. Ich möchte meinen Speer wieder... Das ist gut, dass man die Speere wiederkriegt, finde ich. Auch wenn die... Ach. Oh, toll, Eve. Jetzt, wo ich keinen Eve brauche. Auch wenn die Pfeile nicht so wirklich rar sind... Also, diese Bolzen, ist es doch ganz gut, dass man die immer wiederkriegt. Nein, ich brauche eigentlich gar nichts. Was, da geht's nochmal hoch. Okay. Hä? Was soll man denn hier? Das denn? Das führen wir da ran. Ach so, das normale Muni. So, erstmal weg. Und... Panzer brechen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann weiß ich auch schon, mit was ich den Big Daddy einheizen kann. Na, lad doch mal schneller. Na. Wenn das hier mal schneller gehen würde. Oh, der Daddy holt sich gerade eine Sister. Da muss ich mich gleich beeilen. Panzer brechen. Ach so, Personen. Ah. Ich habe schon wieder zu viel Nieten. Das ist unglaublich. Wenn man mal was hat, dann hat man einfach zu viel davon. Ein Raketenspeer. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es so was gibt. Aber gut zu wissen. Oh, kein... Mano. Jetzt habe ich schon wieder... Na, ich hasse das. Wenn ich irgendwas voll habe. Aber das auch gleichzeitig etwas ist, was ich eigentlich sehr gerne nutze. Also Autohackpfeile. Da muss ich dann nochmal wiederkommen. Hier ist ja irgendwo noch ein Automat, der nicht hacken kann oder so. Das wäre natürlich super. Den habe ich ja schon. Gibt es irgendwo Munition oder sowas? Munition. Ich glaube, der holt sich hier keine Little Sister mehr. Das ist ziemlich schade. Das ist sehr schade. Dann würde ich sagen, ich gehe doch gerade mal zurück. Naja. Da gibt es auch noch was. Weil ich glaube, hier in dem Abschnitt, da gab es noch eine Little Sister letztes Mal. Die habe ich ja nur nicht ausgeplündert. Au. Also beziehungsweise zum Plündern geschickt. Warte mal. Das mache ich mal eben. Peng. Und meins. Und jetzt kann ich mir wieder einen Autohackpfeil dafür holen. Ist toll, ne? So, hier war doch die Sister. Die habe ich aber stehen lassen. Oh, das sind noch meine Fallenminen. Das ist ja... Ja. Das ist voll. Na, wo bist du Kumpel? Raketen schwer. Es ist so gut. Heul nicht. Nur weil du hässlich bist. Ah, wie die auch gleich heulen, oder? Ach, da ist sie ja noch, die Sister. Oh, den habe ich festgepfloggt. Komm, Sister. Das wusste ich gar nicht, dass die hier stehen bleiben, wenn man sie nicht mitnimmt. Ich dachte, die gehen dann wieder. Oh, ich höre überall Idioten rumlaufen, aber... Na, ich nehme mal die lieber. Mit dem Speer, da reicht zwar ein Schuss, aber nicht unbedingt. Wenn man nicht trifft, dann lädt man da ewig nach. Es ist halt einfach viel zu viel Zeug hier noch am Rumliegen. Ihr seht es. Und ich weiß nicht, wenn ihr das wisst mit den Verbandskästen und den EVE-Spritzen, ist das wirklich so, je höher der Schwierigkeitsgrad, desto weniger kann man mit sich rumtragen? Habe ich zumindest jetzt mal gedacht, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Was ist denn die Leiche, die ich hier mit aussaugen kann? Leiche, Leiche. Da lacht schon wieder jemand, ne? Der dumme Automat. So, warte, das mache ich mal so. Da ist ja nämlich die Leiche, das wusste ich noch. Zack. Ah, ich will ja keine Fallennieten hintun. Ein Paarbindung. Die Paarbindung ist ein Erfolg. Entfernt sich ein Exemplar der Alpha-Serie aus irgendeinem Grund zu weit von seiner Little Sister, kommt unsere physische Sicherung ins Spiel. Ein chemischer Auslöser, der zum Koma führt. Es ist eine symbiotische Beziehung, erzwungen durch die Pheromonstruktur des Mädchens. Das erste erfolgreiche Modell war Delta, glaube ich. Die Nähe zu der an ihn gebundenen Sister hält den Big Daddy am Leben und seine Kraft und sein Beschützerinstinkt sorgen für ihre Sicherheit. Ein Jammer, dass Dr. Su Chong nicht mehr unter uns weilt, um darauf anzustoßen. Naja, der gute Dr. Su Chong. Der war so nett. Er ist ein Verlust für die ganze Menschheit. Heuchel, heuchel. So Mädchen, mach dich mal die Arbeit. Wann kommen die jetzt schon, die Penner? Ja, brenn mal ein bisschen lieber, du Prinzesschen. Ah. Na, 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 na. Aufhören. Lass du das Mädchen in Ruhe. Penner. Der Big Daddy ist ganz schön nah, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, dass ihr so nahe kommt, Leute. Du könntest mal sterben, du Clown. Ah, ist das wieder laut hier. So. Macht mal halblang. Wow. Aufhören. So Mädchen, komm schnell mit. Oh Gott, ist das hier wieder. Man kann aber auch nicht auf den Schießen auf... Weil da wieder so ganze... Weil der Big Daddy wieder so gefährlich ist hier. So. Schweinebär. Die gehen mir voll auf den Keks, diese Typen. So. Wo geht's denn hin? Also leichenmäßig. Aha. Aha. Ich hab ja auch versprochen, dass ich alles ein bisschen besser absuchen werde. Ich will nichts auslassen. Was? Wo geht das denn hin? War ich hier oben nicht schon? Na gut. Ich kann hier die Leichen nicht sehen, wenn ich keine Sister dabei hab, die sie spür... Die sie aufspürt. Du Penner-Gesicht. Stirb mal. So. Ja. Penner-Gesicht ist eigentlich Lunas Spruch. Ich weiß. Ich hab ihn mal annektiert. So ein bisschen. Na, ich... Ich hab mir das nur angewöhnt, weil ich so oft Lunas Videos schaue. So. Ist übrigens auch ein guter Tipp an alle. Äh, hallo? Was ist denn das? Warum? Warum, warum, warum? So bescheuert. Schießt du die einfach mal unter die Treppe, da? So. Ja, ich werd noch ein paar los. Ich mein, da werd ich zwar eh nicht viel von brauchen, aber... Besser ist das, dass die Dinger nicht so immer bei mir rumgammeln, ne? Da ist schon wieder eine ganz schief. Mann. Die sind manchmal aber auch ziemlich doof, die Teile. Einfach sinnlos. So, das sollte reichen. Und dann würd ich sagen... Mach dich an die Arbeit, Kleines. Wir haben nämlich heute noch was vor. Wir wollen noch Tante Lamp besuchen. Na, gleich ist die Hölle wieder los. Deine Mama ist stärker. So. Wie schön sie mal brennen. Ich find das lustig. Ich mein, klar, es ist nicht nett, einfach Menschen anzuzünden, aber... Das sind ja keine Menschen. Also nicht so wirklich. Warum kommen die alle nur von einer Seite? Ich dachte, die kommen auch von hinten. Wie süß, ich hab auch alle gegenseitig anzuzünden. Hey. Ist zu lustig gerade. Na, ist jetzt mal gut. Ach, sie kommen ja doch von da oben. Na dann. Dann ist ja gut. Na, bist du fertig? Komm. Jetzt können wir gehen. Keine Zuschauer. Ein Autogramm. Ihr habt ja nicht mehr alle. Als würde ich von dir ein Autogramm wollen, du alte. Tote Zippe. Was ist das denn für eine Stimme, sag mal. Da brennen wir lieber ein bisschen. Du Penner. So, warte mal. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz. So, wunderbar. Ist aber auch eine Qual mit den Typen. Mal ehrlich. Ja, dort ist der Gatherer's Garden. Aber, bevor ich da jetzt wieder runterspringe, sinnloserweise, will ich hier noch alles einsammeln. Und hier erstmal schauen. Da ist nämlich noch was. Ah, ein Save. Zack, 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 zack. Und den blauen will ich gerne. Zack. Ah, toll, schon wieder Autohacker. Warum, warum, warum? So viel Autohacker. Egal. Lärms Operation. Ich durchschaue das Gespinst. Aber Lärms Anhänger sind verblendet von ihren Versprechungen. Es ist klar, dass diese Religion, die sie sich zusammengeheilt hat, nur die Fassade für ein wahnsinniges wissenschaftliches Experiment darstellt. Ich weiß nicht genau, was im Schild geführt. Irgendwas, das unschuldige kleine Mädchen wie meine Cindy verändert. Mäldchen, deren Angehörige krank sind, vorsorge. Deren Eltern sich so wie ich ruiniert haben bei der Suche nach Rapture. Sie verwandelt sie in eine Art Arbeiterbenen, die eine Substanz in Lärms Institut bringen. Ich muss dorthin. Ihre Anhänger murbeln etwas. Ein gewisser Alexander sei der Fährmann. Alexander, mhm. So, meine Kleine. Du bist frei. Ach, ist es nicht schön. Wie viel LM ich habe. Oh Gott, ich hab's gewusst. Diesmal denke ich dran, Leute. Diesmal denke ich ans Fotografieren. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Ach, ich hab ja gar keine mehr. Ha! Das ist ja schön. Oh Gott, wo kommst du denn? Du Schabracke? Nein. Oh Gott. Da ist sie ja. Oh. Was? Steiger das maximale EVE. Das ging ja schnell. Aufhören. Was hat ihn denn für Schmerzen? Sag mal. Bäm. So, hast du gesehen, wie das geht? Meine Liebe. Ja, irgendwie war es jetzt doch nicht so schwer, oder? Ich hab die ein bisschen schwerer in Erinnerung. Die lieben Big Sisters. Aber ist auch gut so. Dann hab ich da nicht mehr so viel Trouble mit. Ich hab jetzt so viel EVE. Seht mal. Äh, Adam meine ich doch. Was nehm ich denn? Ich nehm mir auf jeden Fall mal einen Elektrobolt 2. Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Allein für die Frisur gehören die schon geschockt. So, was haben wir noch? Äh, Elektrohaut wäre vielleicht ganz nett, aber ich brauche dafür Easy Hack. Aha, das wäre mal nicht schlecht. Warte mal, ich kaufe mir erst mal ein paar Gentonica Slots. Äh, ja komm, mach rein. Ist egal. Ja, mach rein. Ach, das war's schon. Schade. Dann, äh, mögliche... Och ja. Ja, das ist schön. Mamba Scout? Ach ne, verdammt mich. Äh. Das ist ja ein Plasmid. Ich dachte, das wäre ein Tonicum. Das ist jetzt doof. Aber egal. Elektrohaut nehme ich mal, oder? Ja, Elektrohaut ist gut. Easy Hack ist natürlich schön, weil das macht es mir noch ein bisschen einfacher beim Hacken. Und... Hm. Inferno wäre gar nicht mal so schlecht. Ach ja, komm. Das nehmen wir statt... Hackers Delight. Das habe ich jetzt eh schon das Größere. Okay, das reicht eigentlich. Ja, wohl. Äh, dämpf deine Schritte. Das wäre vielleicht gar nicht so... Ach komm, egal. Nächstes Mal, wenn ich mehr Slots habe. Ich will nicht immer irgendwie was Gutes dafür raustun müssen. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen... Zu... Lamps Büro. Aber da muss ich wieder zurück, oder? Ne, da kann ich auch hier rein. Ich werde mir trotzdem erstmal das anschauen. Es gibt ja überall was zu sehen. Ich habe eigentlich gesagt, ich werde mir alles angucken. Also ich versuche es zumindest. Nicht, dass ich hier einfach durch... Wie geht mein Temp? Witz! Wollst du etwa gerade auf mich schießen? Wollst du das etwa gerade? Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Weil ich war schneller. So, ah, was haben wir denn da? Verdächtiger Schalter. Na, da hinten ist was aufgegangen. Und so viel Geld. Also spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich ein bisschen übermächtig fühle, Leute. Ich weiß ja auch nicht. Das habe ich ja schon angekündigt. Das ist immer so, dass man am Anfang ein bisschen was zu beißen hat. Oh, oh. Ich habe dich gesehen. Und... Ich warne dich. Das braucht keiner. Lässt uns das Geschäft versaut. Ach so. Na dann. Ich bin besser als du. Ich bin besser. Das glaube ich aber nicht, dass du das bist. Dann wärst du nicht einfach so in mein Feuer reingerannt. So. Warum ich das mache? Ja, weil ich es kann. Und weil ich genug habe davon. Ihr seht es ja. Oh, Antipersonen ist schön. Oh, ich habe die Kohle von daher. Na, jetzt kaufe ich mir gerade den Autohacker wieder. Sehr clever, ne? Egal. Ich mache das einfach. Weil Geld ist hier keine Rarität. Ihr seht es. Das geht so schnell, dass man wieder ganz viel Kohle hat. Oh Gott. Da ist ein Tonikum. Und ein Toter. Aha. Mini-Geschütze. Ja, die sind eigentlich ganz nett. Ich finde sie zwar eigentlich auch ein bisschen sinnlos, weil sie wirklich nur als Ablenkung dienen. Aber trotzdem. Eine leere Nische. Diese Lamp hat Ryan ganz schön eingeheizt. Die Solidaritätsnummer war anfangs recht clever. Armenhäuser und Mindestlöhne? Absoluter Schwachsinn. Und dann diese Debatte über religiöse Rechte. Fragt sich, ob sie das aufgebracht hat, um zuzusehen, wie Ryan sich in seinem Affenkostüm bindet. Lamps einziges Problem ist, dass sie sich diesen ganzen Käse selbst abkauft. Die Welt retten. Ha! Rapture ist einfach nicht ihr Pflaster. Ryan hat sie jetzt irgendwo kaltgestellt. Und ich schätze, da kommt für die Profis das Mitleid ins Spiel. Na? Den netten Menschen kennt ihr auch noch. Natürlich kennt ihr den. Cure All. Setz dir medizinische Versorgung Raptors zu deinem Vorteil ein. Mit Cure All bist du nach jedem Besuch einer Medi-Station wieder in Topform. Äh, ja. Nö. Ist doch Quatsch. Oh. Hihihi. Warte mal, irgendwie muss es da noch hochgehen, oder? Irgendwie muss ich noch da oben hinkommen. Was schießt der denn? Warum schießen sie sich gegenseitig kaputt, die Teile? Da muss ich hochkommen hier irgendwie. Warte mal. Geht es hier irgendwie rauf? Aufhören. Ja, Kumpel. Du sagst es. Achso. Ja, einfach außenrum vielleicht, ne? Du hast Leiche fotografiert. Wat? Ich dachte, der springt jetzt gleich auf. Wie so ein Springschwein halt. Das mich wieder nur verorschen will. Von wegen, dass er tot ist. Was gar nicht stimmt. Das war echt nicht so spektakulär, wie ich gehofft hab, aber... Ein bisschen was gibt's ja überall. Oh. Aha. Aha. Es lohnt sich. Pfeift drauf. Ich brauche nicht mehr Kohle, die ich nur durch das Hecken rausgekriegt hätte. Lach nicht so. Lach nicht so. Ihr seid alle so bescheuert. Und hässlich. Hässlich und bescheuert. Ich mein, wenn man hübsch wäre und bescheuert, dann ist das nicht ganz so schlimm. Dann kommt man durchs Leben. Aber so? Egal. Na ja. Leute, ich würd sagen, ich mach hier nochmal ne kleine Pause. Ist schon wieder soweit. Und ja, ihr wisst Bescheid. Über die Bewertung würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Wird mir auch sehr weiterhelfen. Gut oder schlecht ist euch überlassen. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal mit Bioshock 2.